Peace, Leute! Ich bin euer Caseboy. Ähm, Leute, heute morgen wieder das Timer-Retour, Leute. Das Timer-Retour funktioniert so. Ähm, ihr kennt ja bestimmt alle einen Timer. Und man muss einen Timer erstellen auf eine Minute. Und dann wirst du, ähm, so quasi einschlafen. Und dann wachst du wieder eine Minute auf. Und dann wird dein Raum komplett anders aussehen. Du wirst deine Eltern nicht mehr sehen. Du bist so quasi in Hypnose. Könnt ihr mal sagen, Leute. Und ja, was ihr dafür braucht, ist gar nicht viel. Nur eine Kamera und ein Zimmer, Leute. Dann beginnen wir einfach mal. Okay, Leute. Okay. Wir gehen in drei. In drei Mal muss man sagen. Also, Leute. Also, den Timer muss... Also, jetzt müssen wir warten, bis der Timer abgelaufen ist. Er muss, ähm, jetzt auf zwei Minuten, weil ich noch das Intro und Blabla machen musste. Jetzt warten ein bisschen. Uff, der Klaas, der Klaas. It's, it's, it's. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Also, Leute, meine Augen sind ein bisschen kaputt. Sehen die jetzt aus. Noch 30 Sekunden. Oh, mein Gott. Es ist ja noch 21 Uhr, Leute. Ich glaube, deswegen bin ich mir noch müde. Ich muss ja noch vier Videos machen. Es ist ja das vierte Video hier. Okay, Leute, noch 20 Sekunden. Dann haben wir es geschafft. Ich bin ein bisschen müde. Okay, gleich 55, 56, 57, 30 Sekunden. Und die Datei hat ja mal drauf gelaufen. Ich bin noch ganz normal, nur meine Augen sind ein bisschen kaputt. Ja, Leute, wenn euch das so gefallen hat, gibt's bitte eine Nummer. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video. Peace. Peace.